Vor fünf Jahren. Krebs. Ich lass mir nicht den Mund verbieten. Ich werde nicht schweigen. Dann üben Sie. Sie haben Menschen zu Avon geschickt. In die Hände dieser Teufel. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Du hast ihn gehört? Ausruhen und nachladen. Sie sagten mir, es sei eine Krankheit. Im Blut. Ich hatte sie nicht. Aber die Familie. Sie tötete alle. Ich konnte niemanden retten. Ich weiß. Was ist das? Was ist das? Wollt ihr im Keller leben? Wollt ihr euch ewig unterm Bett verstecken? Wir müssen uns sammeln. Wir müssen uns sammeln. So wird das gemacht. Gebt ihnen Blut! 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 Vielen Dank.